Achtung! Es gibt massive neue Hinweise, dass Ethereum auf 20.000 US-Dollar in diesem Jahr ansteigen wird. Wir sehen uns dazu die neueste, detaillierte Analyse vom ehemaligen Goldman Sachs-Mitarbeiter Roll Pell an, die er jetzt durchsickern ließ. Egal ob du dir das Anfang 2021 oder Ende 2021 ansiehst, diese Analyse ist langfristig und sehr detailliert, was für deine Investition in Bitcoin und besonders in Ethereum sehr entscheidend sein kann. Damit willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto, lasst uns gleich in diese detaillierte Analyse, dass Ethereum auf 20.000 US-Dollar ansteigen wird, starten. Ethereum wird 20.000 US-Dollar wert sein, sagt der ehemalige Mitarbeiter von Goldman Sachs. Der frühere Manager bei Goldman Sachs, Roll Pell, gab bekannt, dass er der Ansicht ist, dass der Preis für Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, laut Metcalf-Gesetz, in diesem Zyklus auf 20.000 US-Dollar steigen könnte. In einer Reihe von Tweets erklärte Pell, dass die Grundlagen und das Wachstum von Ethereum mit denen von Bitcoin vor 5 Jahren identisch ist. Pell stützt sich bei dieser Arbeit auf das Metcalf-Gesetz, um ein Kursziel von 20.000 US-Dollar für Ethereum im aktuellen Aufwärtszyklus festzulegen. Das Gesetz besagt, dass der Wert eines Netzwerks proportional zu seiner Größe und Anzahl der Benutzer ist. Roll Pell enthüllte Teile seit der nächsten GMI-Studie Global Macro-Investor und sagte in den sozialen Medien, es sei alles Metcalf-Gesetz und Ethereum ist gleich Bitcoin, ob es den Anlegern gefällt oder nicht. Er zeigte auf ein Modell, das sein Team erstellt hatte, um das Gesetz von Metcalf im Bitcoin-Netzwerk anhand aktiver Adressen und des Preises der Kryptowährung sowie der Marktkapitalisierung zu demonstrieren. Pell, der vor der Gründung des Forschungsdienstes für Makroökonomie und Anlagestrategie Global Macro-Investor GMI im Jahr 2005 einen Fonds für ManGLG verwaltete und bei Goldman Sachs arbeitete, wies darauf hin, dass Ethereum in seinen Anfängen aufgrund der wachsenden Zahl aktiver Adressen wie Bitcoin aussieht. Bitcoin verzeichnete auf dem Bullenmarkt 2017 einen ähnlichen Anstieg von rund 1000 US-Dollar auf 20.000 US-Dollar. In diesem Sinne ist Pell beim Vergleich der Grundlagen der Kryptowährung der Ansicht, dass Ethereum genauso aussieht wie Bitcoin und diese sogar hinsichtlich des Wachstums, der Marktkapitalisierung und der Anzahl der aktiven Adressen übertreffen kann. Und hier ist das Tweet von Rolf Paul dazu, wo er sagt, Kryptobombe. Okay, ich lasse einige Daten von GMI durchsickern, sie sind noch nicht veröffentlicht, es ist alles das Metcalf-Gesetz, Baby. Und Ethereum ist gleich Bitcoin, ob es euch gefällt oder nicht. Und hier sehen wir die erste Grafik dazu von Rolf Paul. Unten auf der X-Achse sehen wir die aktiven Adressen und auf der Y-Achse links sehen wir den Preis von Bitcoin. Jedoch merkt Rolf Paul an, wir haben unser eigenes Modell geschaffen, um das Metcalf-Gesetz simpel zu demonstrieren und benutzen dazu die aktiven Adressen und den Preis. Die Beziehung ist klar, aber es ist schwer zu argumentieren, dass dies nicht der Wert von Bitcoin ist, sondern der Wert des Netzwerks. Und hier die nächste Grafik, wo er sagt, das gleiche ist wahr für die Marktkapitalisierung. Auf der X-Achse wieder die aktiven Adressen und auf der Y-Achse links die Marktkapitalisierung. Und auch hier ist es der Wert des Netzwerks. Das Metcalf-Gesetz besagt, dass die Wirkung eines Netzwerks proportional zum Quadrat der Anzahl der Knoten in diesem Netzwerk ist. Pell fügte dann Diagramme hinzu, die zeigen, dass das Wachstum von Ethereum dem von Bitcoin sehr ähnlich ist und dass das Gesetz von Metcalf der Schlüssel zum Preis für Ethereum und Bitcoin zu sein scheint. Er fügte jedoch hinzu, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum zum gleichen Zeitpunkt schneller wächst als die von Bitcoin, basierend auf den ersten 1 Million aktiven Adressen. Und hier sehen wir sehr gut den Vergleich von Bitcoin in weiß und Ethereum in blau. Er schreibt, es sieht aus wie Bitcoin, nur um 5 Jahre früher. Und hier in der Grafik sehen wir das sehr gut. Auf der X-Achse wieder die aktiven Adressen unten und auf der Y-Achse links der Preis von Bitcoin bzw. Ethereum. In weiß sehen wir die Punkte von Bitcoin und die Preisstruktur vom Bullrun 2017 beginnend von ungefähr 1000 US-Dollar bis auf 20.000 US-Dollar Ende 2017. Und in blau auf der linken Seite sehen wir, dass Ethereum genau die gleiche Preisstruktur wie Bitcoin 5 Jahre zuvor hat. Und jetzt mit Ethereum bei rund 1000 US-Dollar die Wahrscheinlichkeit nach dem Metcalf-Gesetz sehr hoch ist, dass Ethereum in absehbarer Zeit in diesem Zyklus, also 2021, auch auf 20.000 US-Dollar ansteigen wird. Basierend auf seinen Vorhersagen und dem aktuellen Preis von Ethereum glaubt Pell, dass die Kryptowährung den genau gleichen Preis wie Bitcoin im letzten Zyklus haben könnte, was bedeutet, dass sie ein neues Allzeithoch nachher der 20.000 US-Dollar Marke erreichen könnte. Die Preisstruktur von Bitcoin und Ethereum passt laut Pell perfekt, ebenso wie die Indikatoren für Akzeptanz und wirtschaftliches Verhalten. Der ehemalige Mitarbeiter von Goldman Sachs kam zu dem Schluss, dass sich Bitcoin und Ethereum nur in ihrem Narrativ unterscheiden und fügt dahin zu, Ethereum wird Bitcoin um fast das zweifache Übertreffen, angetrieben von demselben Mechanismus, einem großartigen Narrativ, der Plattform für programmierbares Geld und natürlich dem Gesetz von Metcalf. Dies sollte auch das Narrativ stoppen, Zitat, es ist eine Shitcoin, es ist flüchtig, es ist instabil, es ist nicht sicher für den kleinen Kerl. Und hier sehen wir eine weitere Grafik, wo Roll Pell sagt, hier können wir das Metcalf-Gesetz in vollem Schwung sehen, wenn wir uns das Regressionsstreudiagramm genauer ansehen. Außerdem fügte er hinzu, ups, Ethereum sieht aus wie Bitcoin. Das Metcalf-Gesetz scheint der Schlüssel für Ethereum und Bitcoin zu sein. Und auf der Grafik sehen wir unten auf der X-Achse wieder die aktiven Adressen und links auf der Y-Achse den Preis. Und diesmal nur für Ethereum. Und wir sehen in diesem Diagramm den Anstieg von Ethereum wie von Bitcoin 5 Jahre zuvor im Detail. Und hier eine weitere Grafik, wo Roll Pell sagt, aber die Ethereum-Marktkapitalisierung wächst viel schneller als die von Bitcoin zur gleichen Zeit. Für die ersten 1 Million aktiven Adressen. Wenn wir uns die Marktkapitalisierung ansehen, so ist die Viralität von Ethereum viel größer als die von Bitcoin. Und hier in der Grafik können wir das sehr gut sehen. Unten auf der X-Achse wieder die aktiven Adressen und links auf der Y-Achse die Marktkapitalisierung. In weiß sehen wir Bitcoin und in blau wieder Ethereum. Wir können sehr gut sehen, dass die Viralität bzw. der Anstieg der Marktkapitalisierung von Ethereum viel stärker ist als die von Bitcoin. Und hier eine weitere Grafik mit dem Preis von Ethereum und Bitcoin. Und Roll Pell merkt sarkastisch an, Oh verdammt, wirklich? Ist Ethereum in der Preisstruktur identisch zu Bitcoin, bezogen auf die Anzahl der aktiven Adressen? Aber, aber, ich dachte, Ethereum ist eine wertlose Shitcoin. Auf der X-Achse unten sehen wir das Datum und auf der Y-Achse links sehen wir den Preis diesmal. In weiß wieder für Bitcoin und in blau für Ethereum. Wobei wichtig ist, dass die Zeitspanne auf der X-Achse unten für Ethereum gilt. Der Bitcoin-Preis wird hier von 2013 bis 2019 genommen, also vor allem der Bullrun 2017. Und beide Preise werden beginnen mit dem Zeitpunkt ab den ersten 1 Million Adressen. Und beide Preisstrukturen wurden so übereinander gelegt, wo sehr gut zu sehen ist, dass Ethereum die genau gleiche Preisstruktur wie Bitcoin vor 5 Jahren hat, wo Bitcoin danach auf 20.000 US-Dollar angestiegen ist. Und hier sehen wir die gleiche Grafik, jedoch in logarithmischer Form, um das Ganze besser veranschaulichen zu können. Und wir sehen hier genau ab dem Zeitpunkt von 1 Million Adressen, der Anstieg und die Preisstruktur von Ethereum und Bitcoin, wie gleich, wie ähnlich sie ist. Sie matchen sich fast exakt. Und wir befinden uns gerade jetzt an diesem Punkt, kurz vor dem unmittelbaren Anstieg, wo die Wahrscheinlichkeit für den Anstieg in diesem Zyklus 2021 auf 20.000 US-Dollar für Ethereum sehr, sehr hoch ist. Und zum Abschluss fügte Rollpal hinzu, Bitcoin ist gleich Ethereum. Das ist ein Fakt. Und er schrieb, ja, Ethereum wird wahrscheinlich auf 20.000 US-Dollar in diesem Zyklus gehen, genau gleich wie Bitcoin im letzten Zyklus, jedoch mit einer viel höheren Marktkapitalisierung für Ethereum. Denke daran, das Video zu liken, denn mein Kanal ist noch sehr neu und das würde mir unglaublich helfen. Und denke daran, zu abonnieren, um täglich über die aktuellsten internationalen Bitcoin- und Kryptonachrichten informiert zu werden. Vielen Dank fürs Zusehen und habe noch einen wunderschönen Tag. Pell